Hallo liebe Zuschauer und liebe Abonnenten, ich muss leider hier mal negatisches Video hochladen, Vodafone hat mich drei Tage jetzt knapp ohne Internet gelassen, ich finde das eine Sauerei, klar hat man überall mal Baustellen, aber das kann doch nicht sein, dass man einen schwerbehinderten Menschen ohne Internet lässt, das kann doch echt nicht sein und man kriegt verschiedene Auskünfte, das kann es nicht sein, Samstagabend um 21.30 Uhr, meine Frisur ist jetzt nicht so toll, 21.30 Uhr circa ist mein Livestream abgeschmiert, wegen der schönen Vodafone-Leuten, ja und seitdem, wir haben jetzt Montagabend, wir haben es dann Dienstagfrüh, ja kurz vor vier, ja da wollen die Leute einfach nicht in die Bussen kommen, mehr ihr Internet, es wäre ja nicht das Problem, wenn es nur das Internet wäre, es ist das Telefon, Fernsehen, ja, hätte ich nicht vorgesagt mit einem mobilen Funkvertrag, der Datenvolumen mäßig immer mehr hochgepusht wird, hätte ich kein Internet, hätte ich keinen Kontakt zur Außenwelt, weil es ist viel über Internet, ich wurde heute sogar schon privat über Videotelefonie angerufen, aber ich kann es leider nicht annehmen, weil dazu kommt nämlich noch, dass mein Handyanbieter auch Probleme hat, ja, also ich finde es schon nicht schön, wie man den Kunden einfach so im Regen stehen lässt, ich habe drei Jahre schon mit euch Vodafone zu tun und ich bin echt am überlegen, ob ich die Telekom als Betreiber bald nehme und euch einfach links liegen lasse, weil ich habe die Schnauze voll, die Schwankungen des Internets, dann zu langsam drei Jahre mache ich schon um und jetzt drei Tage kein Internet. Leute, was ist mit euch los im Vodafone? Klar, kann mal was passieren in einer Baustelle, aber da hat man doch das Material im Laster, ihr habt doch so ein Zeug. Ihr müsst für Kontakt, dass die Kunden Kontakt haben, dafür sorgen. Oder ihr informiert die Kunden mal gescheit, was passiert ist, aber das passiert ja bei euch nicht. Man kriegt ja erst nur SMS, wenn man angerufen hat in der Hotline und dann kriegt man verschiedene Aussagen. Was soll das? Sorry, liebe SoTootin. Sorry, ich bin schon lange bei euch. Aber sowas geht nicht. Ihr könnt nicht immer nur verkaufen. Ihr müsst euch um die Kunden kümmern, um die Kunden und nicht um den Verkauf. Das geht so nicht. Und dann wundert ihr euch, wenn in den sozialen Netzwerken die Leute auf die Paragrafen gehen. In Würzburg sind die Leute noch ziemlich still, aber ich nicht. Ja, ich hoffe, dass ihr bald mal, ja, Internet hier, ähm, freischaltet wieder. Ich warte. Es ist vier Uhr nachts bald. Dienstagmorgen. Samstag habe ich mein Internet verloren. Und dann, auch wenn ich Internet habe, ist es zu langsam. Keiner von Vodafone kümmert sich um mich. Ich telefoniere ständig mit den, ähm, ja, mit euch im Callcenter. Wenn ihr Näheres wissen wollt, ähm, klickt unten meine E-Mail-Adresse. Dann können Kern Vodafone verantwortlich mich gern anschreiben in meiner Geschäfts-E-Mail. Und dann können wir gern mal in Kontakt treten. Ich habe alles auf meinen beiden Handys. Ich mache mit ihnen schon seit 2017 rum. Keiner kümmert sich um mich. Ja, das ist nicht schön. Ja, ich hoffe mal, dass, äh, Vodafone da mal was macht. Ja. Und nicht nur redet. Dass sie mal ihre, in, ihre Server in, 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 in Griff kriegen. Es ist ja kein Problem, wenn es mal ein paar Stunden sind. Aber drei Tage fast. Ohne Internet, ohne Telefon, ohne Fernsehen. Das finde ich schon mega. Ja. Und wir zahlen ja auch. Ich bin ja einer, der zahlt mein Zeug. Ja. Also ich würde es mir als Chef mal langsam mal, echt mal eine Entschuldigung einfallen lassen. Also ich finde, es kann schönes gehen. Bei der Telekom gibt es das bestimmt nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sorry, dass ich jetzt meine Wut rausgelassen habe, aber, boah, ich finde es einfach nicht schön.